Spektakuläre Entwicklung im Fall des Novichok-Anschlags auf Alexej Nawalny. Das Opfer nahm die Ermittlungen selbst in die Hand und erwirkte mit einem Anruftrick das Geständnis eines Mitglieds des Auftragsmörder-Teams beim russischen Inlandsgeheimdienst FSB. Nawalny gab sich bei einem Telefonat als Maxim Ustinov aus, einem hochrangigen FSB-Offizier. Er solle einen Bericht für einen Geheimdienstchef über die gescheiterte Ermordung schreiben. Nawalny wurde am 20. August auf dem Flug von Tomsk vergiftet. Er brach im Flugzeug zusammen und konnte durch einen Zwischenstopp erst in Omsk und dann in Berlin gerettet werden. Die Ärzte fanden Spuren des Nervenkampfstoffes bei ihm. Die britische Rechercheplattform Bellingcat hatte FSB-Mitarbeiter identifiziert, die Nawalny mehrere Jahre verfolgt haben. Die Person am Telefon sollte fünf Tage nach dem Giftanschlag nach Omsk reisen und die Novichok-Spuren bei Nawalnys Kleidung beseitigen. In einem 49-minütigen Telefonat erklärte er die Umstände des Mordversuchs und warum er nicht gelang. Wenn er drei Stunden geflogen wäre, wenn es keine Notlandung gegeben hätte, wäre das Ergebnis ein anderes gewesen. In diesem Sinne hat das Flugzeug meiner Meinung nach eine entscheidende Rolle gespielt. Nawalny habe auch überlebt, weil der Krankenwagen sofort erschienen sei. Entscheidend war dabei die richtige Behandlung im Krankenhaus in Omsk, bevor es nach Deutschland ging. Sie senkten den Säuregehalt, injizierten eine Art Gegenmittel. Sie handelten direkt nach ihren Anweisungen, die Mediziner. Das Telefonat offenbart, der russische Geheimdienst hatte den Auftrag, Alexej Nawalny in Tomsk mit Novichok umzubringen. Es war nicht der erste gescheiterte Mordversuch an dem Kreml-Kritiker. Doch ein abermaliges Versagen des russischen Geheimdienstes bringt nun das ganze Ausmaß des staatlichen Terrorismus ans Licht.